Hallo liebe PC-Weltleser, für Windows 8 gibt es natürlich auch eine PC-Welt-App für die sogenannte Modern UI, also für die Kacheloberfläche. Ich habe sie jetzt hier mal installiert. Sie erhalten sie kostenlos im Microsoft Store und wir schauen mal drauf. Die App ist wie folgt strukturiert. Sie erhalten alle Berichte, die es auf PC-Welt gibt, zum Beispiel News, Windows 8. Zum Thema Windows 8 haben wir auch so einen eigenen Bereich hier in der App. Alle Tests, Ratgeber und natürlich auch Downloads. Schauen wir mal in eine der Berichte rein. Ich wechsle hier mal auf News, hier in Windows 8 News. Da können sie jetzt draufklicken und erhalten dann die News auf Ihrem Tablet-PC, auf Ihrem Desktop-PC, je nachdem wo Sie Windows 8 installiert haben. Ich zeige Ihnen noch mal eine andere Funktion. Und zwar wechsle ich dafür mal auf den Desktop. Und zwar können Sie jetzt die App auch nebenbei auch parallel zum Desktop anzeigen lassen. Und dann kriegen Sie so einen kleinen News-Tipp. Jetzt klicke ich mal hier auf die Nachricht und Sie können praktisch, das Desktop wird skaliert und Sie können am Desktop weiterarbeiten und hier aktuelle Nachrichten, Tests und so weiter lesen. Wie gesagt, die App ist kostenlos für Windows 8. Wir würden uns freuen, wenn Sie einmal einen Blick drauf werfen und sie ausprobieren.